Ich hätte gesagt, dass wir mal die Controller tauschen. Und dass wir uns vielleicht mal begrüßen sollten und so. Ja, gerne doch. Können wir die Controller tauschen? Ja, ich wollte gerade noch ein bisschen was absprechen, bevor wir das aufnehmen. Und danach hausst du dich wieder rein, ne? Tja, das wissen Sie auch unsere Absprache. Ich meine, man muss seine Pro-Skills absprechen können. Das heißt, demnach ist jetzt Spieler 1, Demi-K, und ich bin Spieler 2, weil er jetzt nicht fahren möchte. Ich möchte aber auch ein bisschen fahren. 150 CC. Und wir wollten als Toten-To-Dead fahren, ich möchte zu der Zeit. Kein Ding. Und mit einem Toten-Card. So. Und damit machen wir jetzt 150 CC. 150 Kubikzentimeter und der Pilzkopf. Finale. Na gut, okay. Yes. Ha, wir haben den Schnellschlag herausgefunden. Ich glaube, es kann doch besser werden. Jetzt läuft es doch langsam. Jetzt sind wir in die Gänge gekommen. Das kann ich aber auch durch. Jetzt wird es gut. Also sorry, falls ich auch immer gedacht habe, dass der zweite Spieler da sein muss, unsere Mario Kart Double Dash. Prost, die vielleicht hinschauen. Jetzt haben wir es auch endlich herausgefunden. Und ja. Jetzt haben wir uns wieder daran erinnert. Geisteswitz. Und Schuss. Okay, der ist irgendwo daneben geschossen. Macht nichts. Das packt man jetzt. Das ist richtig. Das packt man jetzt. Das packt man das Problem an der Wurzel. Ich glaube, jemand anderen, der dessen Namen... Wie kann das sein? Wie das sein kann? Noch nie aufgefallen, wie der Kuss geht. Doch, ja, schon klar. Aber das wird bis jetzt noch nie passiert. Mir schäuft das. Ups. Also mir ist es bis jetzt noch nicht passiert. Dass ich hier mit dem roten Panzer ins Face reinschieße. Komm schon. Ach, shit. Schnapp eben. Ach, kacke. Ein guter Start. Das kann es doch nicht sein. Komm, 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 komm. Shit. Nein. Na gut. Das zweite ist auch noch okay. Kämmer schon rein. Neu Start. Passt schon. Wie schon gesagt, das käme rein. Na gut. Wie der meins. Du bist jetzt Spieler 1, nicht ich. Die erste Hälfte des Let's Plays war ich Spieler 1. Jetzt ist er Spieler 1. Geteiltes Light ist halbes Light. Ihr habt schon verstanden. Die Hälfte. Das heißt, es erwartet noch ein bisschen was mehr. Shit, ich habe es gespoyert. Mist. Oh, yeah. Oh, yeah. Mist. Voll direkt stoßen. Ich muss mich unterstützen. Entschuldigung. Da hast du doch eine Unterstützung gehabt. Das ist doch schön. Das ist besser, nicht? Ja. Ja. What the hell? Das wollte ich gar nicht. Du musst an der hingeflogen. Ja. Ja, du. Entschuldigung. Hörst du das Blatt mal auf, oder was? Hey, uns hast du jetzt so oft getroffen, ne? Mich an Mario Kart. An Mario Kart, genau. Wie spiel ich Mario Kart? Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Mich an Mario Kart Wii, das wollte ich daneben sagen. Wo es mich auch... Ähm, das Beste war ja immer doch, da mich das Spiel so sehr lieb hat. Äh. Wow. Nächster auf den letzten paar Metern. Ja, auch weiter. Einfach Z und A gedruckt halten. Yay. Ähm, jedenfalls... Die Sache war die. Ich hab Mario Kart Wii gespielt. Tatsächlich diese Strecke. Was passiert? Erst mal Bananenschale. Dann roter Panzer. Dann kommt erstmal noch ein roter Panzer angerast. Kommt... Also ich hab dann noch eine Wolke dabei gehabt. Sie erwischt mich auch noch die Wolke. Kommt dann noch ein weiterer Blitz und... Ein blauer Panzer. Das war das Beste überhaupt. Dann war ich vom ersten Platz irgendwo anders. Irgendwo anders. Weit abgestiegen. What the hell? Das war es jetzt. Das hat gut funktioniert. Was für durcheinander. Ich geb' ich kurz das nicht zurück. Ey, hörst mal auf. Mach' mein Düft kaputt. FCU Skills. Ach die Scheiße. Kettenhund. 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 Nicht mehr. Alter. Was ist der Zähne? Verfuckte mich um. Alter, noch ein Kettenhund, was? Nee. Das war noch der für Freunde. Ja. Da. Ah, shit. Ah. Also, what the hell? Hier ist zuviel Item auf dem Boden also. Hier ist zuviel Item auf dem Boden. Hier sind zuviel Items auf dem Boden. Listen every piece. Hier ist zuviel Item auf dem Boden. Oh, der wilde Panzer hat sie abgeblockt. LOL. Ah, schade. Er ist ein Klingel. Nein, nein, nein. Du bist wie ein Stern unseres Vorbeigras. Was für ein Drummel-trummel. Es ist das. Zum Beispiel der Erste. Und so eindeutig. Ja gut, okay. Bei dem Item-Chaos kann alles passieren. Nichts ist unmöglich. Toyota? Eindeutig. Na gut, es gibt Mercedes-Index in meinem Kart 8. Kein Scheiß, es gibt Mercedes-DNC. Ah, ich weiß doch. Erster Platz. Eindeutig. Erster Platz, unser Platz. Bäh. Irgendwie ist damit ein Drift, was mir schief gelaufen ist. Du merkst. Ich schieße jetzt ab. Ich schieße jetzt ab. Ich bin doch so blöd und errichte mich darauf aus. Nein, das wurde in Ordnung. Sorry. Das ist Koordination. Das ist auch Koordination. Aber ziemlich. Das ist ja gut. Wenn man das Tüft und eine Kontrolle hat, ne? Nochmal. Na gut. Es hat nicht so gut funktioniert. Macht nichts. Was ist das? Na? Was wollte denn... Aber was ist das? Was ist das? Oh, was ist das? Was ist das? Ey, würdest du aufhören, mir den Drift zu verhindern? Wer? Du! Was? Ich drück die Schulter, dass so nichts passiert. Hab ja auch keine Ahnung, was da los ist. Du drückst in die falsche Richtung, du wirst driften. Ich versuche gerne die Richtung zu driften, du haust mir irgendwie irgendwas anderes rein, ne? Was ich sein sollte. Ach, sei es doch. Ne, das kann ich nicht. Ist egal. Will auch auf Hand sein, das ist eh das Beste. Na gut, da haben wir jetzt die straubtrockene Wüste durch. Ja. Aber schauen wir uns die Siegerehrung an, die können wir eigentlich auch nicht mehr überspringen. Schau. Eben dasselbe. Ey, bitte. 6x40. Na ja, geht. Und was haben wir frei? Luigis Villa. Ah, Luigis Villa. Ah, Luigis Villa. Ah, Luigis Villa. Ah, Luigis Mensens Klasse. Es ist ungeschwecktes auch klasse. Klasse. Aber das ist auch für beim Kampfmodus, auf den wir im Moment nicht eingehen. So, das nehmen wir jetzt für ein Team. Das selbe wieder? Ja, das funktioniert gut. Okay, Flower. Flower Power. Flower Power. Nintendo Power. Ja, Nintendo Power. Jetzt spielen wir mit Nintendo Power. So, um die Bombe reinfahren. Ja, du mich auch. Könntest du mir mit etwas helfen? Ganz vergessen, was man nirgends machen muss. Oh, schade. Oh, wenn die gegen die Bomben schleudern. Das wäre fies. Mach halt. Es ist erlaubt. Wenn wir nicht dabei selbst in die Luft gehen. Ja, es wäre recht. Fast recht. Schade, dass vor der Bombe noch ein Fahrzeug war. Sonst hätte man... Ja, ich weiß, woran du gedacht hast. Ah! Ah! Wow! Oh, da hat jemand das Pilz-Auto geraden. Sieht doch aus. Tja, stopp! Setzen! Yay! Schnauze-Handy! Genau! Schnauze-Handy! Schnauze-Handy! Nichts! Nichts! Egal, die nächste Strecke! Nächste Strecke! Der Herr Ungers hat mich geflagen, elektrisch. Naja! Ich habe wohl ein Schlaganfall. Das ist wieder was von Knux. Hahahaha! Lol, als ob er es noch getroffen hätte! Die Wustung zu durch die Linke! Ah! Schade! Schade, dass ich mir... ... die Langer Pfanns nicht abwerfen kann! Kann man schon, aber die Langer Pfanns gehen halt kaputt! Meinem Abwerfen würde ich... Ab! Ah! Schade, dass er jetzt abkängt! Schade! Pfeil! Keiner mit! Keiner mit! Keiner mit! Keiner mit! Ha! F-Zero-Style! Als echt... Ach, ist schon vorbei? Ja, schon lange. Oh! Owh! Nice! Nice! Nice dream! Ja, kacke. Das war fast ungünstig. Nervzellendet. Als ob es die zweite Patient nicht getroffen hätte. Die hat es gerade eben anderweitig anscheinend getroffen, wie es aussieht. Ah, das kann man was spät. Ich dachte, sie sind doch erste. Ja, weil sie es jetzt auch gar nicht erwischt hat. Alter, ach ne, das geht ja nicht. Schwein gehabt. War gut. Ah, schade. Ups. Ah, schade. Nein, nein, nein. Schade. Ah, scheiß roter Panzer. Scheiß roter Panzer. Naja. Macht nichts. Erste sind wir trotzdem. Jupp. Wurstung im Hohltabstand. Auf geht's, die Füchsäcke. Nächste. Und Basis Dampfer. Wollen wir jetzt abbrauchen am Anfang? Guck mal aber nicht. Ja. Mist. Verdriftet. 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 Oh, schade. Keine Item. Hallo. Tische sind schon was Schönes. Ups. Shit. Und. 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 Das ist doch ganz so ausgerechnet. Sauerganger. Ah. Was ist denn da? Das erwischt. Bananenschale. Replay. Das war ja aus dem Panzer. Ich bin dann nicht fix. Das heißt drum. Ich glaub da lag ne Bananenschale hin. Ah, das heißt drum. Replay. Genau. Replay. F-Zero Style. Geil. Da. Hätte ich abgeschossen. Und wo ist er gegangen? Ach du Schande. Sehr sicher. Wäre das nicht gewesen, wenn es uns doch getroffen hätte. Oh shit. Oh. Ich hab jetzt spät bemerkt. Sorry. Wie sind die jetzt auf einmal vor uns gekommen ist doch mal. Volltreffer. Bam. Nice one. Ah. Das ist schon wieder. Ah. Ah. Sie fahren vom Ziel. Pilz, 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 pilz. Ah. Mist. Verdammt. Ah. Gerade noch. Na ja. Ist das schlecht. Ah. Na. Wir füllen immer noch. Wir füllen immer noch. Ja. Heißer Kampf zwischen dem zweiten und dem dritten Platz. Was? Kein deutlich. Also wenn wir zweiten sind, sind wir garantiiert erster. Listen and repeat. Ja. Etwas Automatik. Ich bin böse. Ich bin sehr böse. Das bräuchte ich eisig, wenn ich wieder böse bin. Nein! Nein! Oh, oh. Jetzt. Perfekt. Hops. Hops. Oh shit. Hops. Alles gut. Nein, es ist nicht so gut. What the hell. Physik. Niemand hat das Doppelkästchen eingesammelt? Hä? Niemand hat das Doppelkästchen eingesammelt. Inwiefern. Entweder ist es das Doppelkästchen oder ein anderes. Es ist ein anderes. Mit der Sonatik ist das Fliege eingesammelt. Naja, wer weiß. Oh meis. Ha ha ha. Zum richtigen Timing gehuft. Würde ich mal sagen. Na shit. Macht nichts. Die Bananenfalle zwinkert, ja. Hat sie jemals aufgefallen? Mist. Die eine Bananenfalle hat einen Zwinker-Smiley-Cut. Na das. Wow! Ah! Warum kommen wir hier gerade Malka wie mäßig viele blaue Panzer ab? Ja, das sind 150 Kubik, ja. Da auf 50 Kubik kommt sie sogar. Nix da. Ich bin nicht aufgefallen, dass die Bananen anziehen können. Alter, als ob! Ah, das ist fies. Ohohoho, what the hell. Es ist schon wieder. Das kann's doch nicht sein. Die Hunde. Trotzdem, die Hunde. Ach man ey. Das war jetzt irgendwie eine Reihe an Unlucky Dings. Unlucky Events. Gewonnen haben wir. Das sag ich doch, wir sind wir zwei, sieben, wir erst. Wir sind zwei, sieben, wir erst ein. Wir sind zwei, sieben, wir erst ein. Schauen wir mal, was wir bekommen. Einen Goldcup haben wir erreicht. Damit bekommen wir einen Birder-Turbo. Den Birder-Turbo. Nice. Und ich glaube, damit können wir schon wieder sagen... Lass uns das nächste Mal sehen. Und bis dahin. Macht's gut. Macht's nicht gut, macht's besser. Immer noch. Nach und vor. Ähm. Egal wie. Näh. Näh.